ja heute alle die beiden zu einer weiteren vorgebraten jungen einigen das ist natürlich der die er hat man über die wir müssen immer von unserer missionen haben wir sind der spielen einfach ein bisschen gold zu sammeln um irgendwann mal neue zu kaufen ja der kampf beginnt in zehn sekunden 4 3 2 1 er kommt der fackle jetzt mal da hin ich durfte direkt ja aber direkt drauf halt weißt du das probieren da ist einer am geruch erst einmal machte schon ja ich wollte nur hin falls der verstärkung braucht Aua! Töne, ne? Ist ja... Na, ist mein... Saugarten Trinkt da nicht Sein gesperrt Schade Oh mein Gott Ich habe ihn fast bekommen Man kann mich nicht einsperren, solange ich meinen Schiff habe Das ist ja das Blut Weißt du, was ich meine mit... Ich habe den Beber richtig schlecht töten Hau los Die Minen öffnen sich weit Die Untoten werden erwachen Gut geheilt Aus dem Weg Das hat schon einmal ihn gefloggt hat, aber ich gehe erstmal zurück Ich habe schon Blutelfen gezogen Und stärkt euren Golem Also dann Das ist schon besser Oh 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 Mach Platz Mach Platz Mach Platz Oh Ich werde die 5 Auf Wettbewerden Nein Nein, Kut Ja Ja. Maler ist so ein Ass. Oh, rückst das rum. Schaffen wir den zu dritt? Ja. Die Zeit ist ausgekommen. Meine Golems kehren zurück. Die Zeit ist ausgekommen. Meine Golems kehren zurück. Wollen wir den gegnerischen Golem ausschalten oder pushen? Wir tragen uns als viel stärker, wir pushen. Das hört man, dass wir hier diese Finger drücken. Aus geht's sein. Euer Golems geht aus. Eins der eurer Zeit. Oh. Alter. Da. Was? Doppelkill. 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 Lose. Doppelkill. Ich will nicht fahr, ich fisch mich Keine Meinung nach mehr, Alter Zieh mich zurück Ja, ich auch Ähm, 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 ich muss weg Das Spieltag Das Ding hat gut gewusst Jetzt sind meine Golems zur Erde zurückgekehrt Ja Vorerst Wer hilft mit, dieses Söldnerlager zu erobern? Dann mal los Kämpft weiter so So Ich habe Chainer in der Mitte Ich habe Chainer in der Mitte Ich habe er覆rt Jetzt gibt es kein Ziel Oh Ey, runter Ich komme jetzt Ja, lass dir direkt abfangen Nein 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 bitte! Oh schock! Nein 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 bitte! Siegner getötet! Und mir hat man gesagt ihr hättet was drauf! Doppel K! Oh ich müsste wieder weg holen, das könnte ich ja nicht halten! Eine perfekte Attacke! Oh! So! Ich hab hier ja nicht vorausgelogen! Ich weiß nicht, ob ich das hier schirf... Danke, dass ich jetzt noch ein Puss hier mache! Erwachen zu neuem Leben! Oh, du hast noch ein Puss! Oder auch dich. Also dann, so macht man das. Ich weiß nicht, wie es jetzt so lange hält. Oh, los, los. Ich weiß nicht, wie es jetzt so lange hält. Ich weiß nicht, wie es jetzt so lange hält. Ich weiß nicht, wie es jetzt so lange hält. Ich will das Erdro helfen, was er auch gebracht hat. Wir knallen. Für die Minen. Das ist los. Das ist los. Niemand. Geh mal zurück. Oder geh ich zurück? Das ist schon besser. Oder komme ich ganz schnell von hinten wieder. Ja. ... ... ... Ich weiß nicht, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob ich nicht verstehe. Er schnarrt die Unto und legt ihre Schädel an auf! Da wird gleich nicht gehen! Lauf du! Lauf du! Lauf du! Lauf du! Waren wir nicht den Anklang? Eure Blutrausch wurde beendet! Lauf du! Für mich schalte ich genau jetzt meine Heiligkeit frei, ne? Topsache! Ja, dass ich die Freischellen, nachdem ich tot bin! Da kann ich schon gewacht hier! Sehr gewacht du dich! Sehr gewacht du dich! Sehr gewacht du dich! Sehr gewacht du dich! Oh, boah! Sehr gewacht du dich! Was ist denn irgendwie zu retten? Was ist denn irgendwie zu retten? Nein! Okay, boah! Ja, von nach oben! Da oben sind wir alle! Eure Feinde können nichts von euch bespüren! Doppelkill! Boss! Mann, das macht Spaß! Alter, jetzt ist unser Ding dann sowas von... Oh, okay! Kriegst du nicht mehr! Oh, was hab ich getan? Warum renn ich so voll rein? Doch, krieg ich! Oh, was hab ich getan? Warum renn ich so voll rein? Doch, krieg ich! Habe ich gesagt? Gegner! Seid zukünftig niemand noch weltwachsam! Vielleicht! Aber jetzt bekomme ich Besuch von drei Mann von hinten! Naja, du hast verbindet mit drei Mann! Was? Oh! Oh! Oho! Ein Hustle. Die Beschwörung ist vollendet! Und euer Golem ist stärker, als der des G universities! Fest und zerstellen! Ja, das ist ein Furchtendjekt! Ich habe die Blicke Ich habe die Blicke Ja, die Kühle ist auch. Ja. 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 Das war ein Gegner. Weil die haben genervt. All'heil gedacht, sprich ich war ein hautzweiter Tag gerade auf einer Brücke fast tot und satscht aber fast tot. Noch mal so eine schöne Technik ist abgeschlossen. Aber drei Mal Gold aufgehauen. 92 Plus. Wir sind nicht ganz viele Bewohner und davon verloren haben, aber auf jeden Fall wieder ein bisschen ausgeglichen. er ist ihm und er lieblich nach der heutigen Aufnahme-Challenge und ich würde sagen Prozent wir sind das nächste Mal Challenge der Aufnahme-Session wollte ich sagen das ist das nächste Mal bei einer weiteren Folge von Horst Jo und bis dahin würde ich sagen Servus und Ciao und möglicherweise spielen wir da dann Unterstützer Welcome Back Lilly oder mal schauen vielleicht Rande oder so Servus und Ciao tödlööö